Servusle meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit dem Voucher und mit dem Nameless. Ein frischer Tag ist da, die letzte Nacht haben wir ja überlebt, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Wir haben die letzte Nacht überlebt, heute steht die Quest auf dem Plan und natürlich gesund werden, sodass wir auch hier weiterkommen. Ich räume das alles mal jetzt kurz weg nach oben, dass wir hier schon mal sauber haben wieder. Möchte alles sauber haben. Ja, aber jetzt regnet es verdammt oft, es ist schon wieder regnerisch. Ja, du hast Hunger, du hast Durst, aber ich besorge dir jetzt Zeugs, Digga. Vitamintablette wäre nicht schlecht, was zum Essen, was zum Trinken wäre cool. Zur Not gehen wir jagen. Das unten, wie gesagt, das machen wir uns alles nach und nach sauber. Ich habe auch vor, die Hordebox Kiosk 3.0, ich will wieder ein Kiosk aufbauen mit euch. Natürlich ein bisschen ein anderes Design und werde das hier in der Nähe irgendwo aufbauen. Kurzzeitig habe ich sogar überlegt, ob wir uns nicht den Innenhof zur Hordefalle irgendwann umbauen, wo man dann draußen vom Kiosk weiter reinkommt, hier in die Box. Weißt du, so irgendwie acht Möglichkeiten haben wir genug, Zeit haben wir jede Menge. Es ist überhaupt Jahresende, Weihnachten, Neujahr. Nehmen wir uns die Zeit, die das alles hier braucht, um sich zu entwickeln. So, das heißt, die erste Horde Nacht werden wir wahrscheinlich irgendwo random machen, hier im Gebiet. Dann haben wir von jetzt ab gesehen, nämlich massiv Zeit, hier alles schon mal ein bisschen in die Wege zu leiten. So, pass auf, das wird in Zukunft die Händlerbox. Ich gehe jetzt einfach mal ganz gemütlich durch. Händler ist auf jeden Fall die Kohle für ihn. Das sollten wir uns schon mal aufspannen. Oh, was sehen meine Äugchen, Neemles? Bämschen, zwei Schnitzel. Anders wie in anderen Spielen. Wir kennen die ja schon mal, ne? Wir kennen die ja schon mal hier. Bisschen, dass man auch weiß, wer hier wohnt. Gibt es den auch in Rosa? Ein weißer Bürostuhl, wie edel. Komm, wir nehmen einen weißen. So, Neemmi. Machen wir natürlich so, wir können ja nicht hinsitzen. Dann sollte es wenigstens so aussehen, weißt du, wie ich meine? So, weiter geht es Richtung Händler, Mäntler. Das sollten wir uns jetzt aber alles soweit aufheben. Die da gebe ich ihm. Die werde ich nämlich wahrscheinlich diese Staffel noch nicht mal brauchen. Dann haben wir den hier dreifach gehabt und doppelt. Das heißt, den kriegt dann auch der Handy. Sag mal, diggerle, Frage. Frage an... Hast du kein Holz mehr, gell? Wieso hast denn du kein Holz mehr? Da ist Holz. Sag mal, kannst du mit dem Mais jetzt noch nichts... Maismehl kannst du, ne? Was war das nochmal für ein Zeichen? War das eins, das ich hier machen kann? Oder brauche ich da jetzt echte Wegbank oder irgendwas? Ne, ne? Maismehl, wupp. Und fürs Maisbrot brauche ich ein Maismehl, gekochtes Wasser. Dann haben wir da auch schon wieder was. Machen wir mal oben alles rein, was so an Materialien da ist. Eisen. Oh, die Ding sollten wir uns aufbauen vielleicht heute noch. Das hier kann auch rüber. Das ist Baumaterial, das würde ich dann gern so legen. Das ist fertig. Das machen wir erstmal so hin. Das sind so die Rohstoffe, wie ich sie als manchmal nähen oder nennen. Das ist eigentlich eher... Das kann auch hier hoch. Die Fackel kann hier runter. Dann machen wir mal so Organisches hier rein. Das ist ja eigentlich auch organisch. Die Feder ist eigentlich auch organisch. Kaffee ist auf jeden Fall organisch. Das wissen wir ja alle. Bier, Maismehl. Wenn wir dann später kochen, ist es zwar auch organisch, aber was, was ich abbauen kann. Dann haben wir hier nochmal die... Ach so, warte mal. Können wir auch gleich erledigen. Ein paar Flextone. Muss ich gerade mal kurz durchgucken irgendwie. Bruchsan, das ist klar. Pflaster. Da habe ich mich das letzte Mal so schon gewundert, dass der Name so seltsam ist. Die hauen wir gleich durch, würde ich sagen. Das kommt baumaterialmäßig hier. Das nehme ich natürlich zum Reparieren mit. Das ist zum Heilen. Das kommt hier rüber. Die Federn jetzt auch. Das hier auch. Das hier. Und die ersten Steine. Bisschen Munition haben wir noch am Start. Das hier ist zwar nicht organisch, aber da kommt was Organisches. Aber die nehme ich mal mit, falls wir eine Wasserstelle irgendwo finden. So sind wir ein bisschen aufgeräumt, würde ich sagen. Jetzt pass auf, wir hatten ja noch Skillpunkte. Doch nicht. Doch nicht, Leute. So, Bämchen. Ich freue mich auch nicht kümmern. Ein bisschen Holz muss ich mitnehmen. Hier unten sind wir soweit aufgestellt. Den Aufwerthammer, den nehme ich ja bestimmt jetzt nicht mit. Machen wir den mal hier rein. Ich nehme das jetzt mal mit, weil ich beim Händel nämlich auch gleich verkaufen will heute. Das Feuer brennt von alleine aus. Gehen wir los. So, meine Lieben. Es gilt immer noch, Essen und Trinken zu finden. Ich habe mal eine Wasserstelle spontan hier. Ich sehe keine, ne? Ey, das muss man auf jeden Fall angleichen, Dickerle. Das ist ja furchtbar. Ich frage mich gerade, wie ich das angleichen will. Guck mal. Das schließt hier nicht bündig ab. Muss ich eine halbe Platte drüber setzen oder sowas. Kann ich das hier schon? Die gab es doch in super dünn hier, ne? Aber so wird es nix. Aber ich komme zumindest rein, weil der bleibt mal ständig da hängen, weißt du? Aber ich gehe hier schon mal wieder aufs alte Mal. Irgendwie vermisse ich ja die Framerahmen, ne? So, jetzt lasse ich mich mal kurz gucken. Also wie gesagt, die Hortenacht machen wir irgendwo auf so einem Wohnwagen oder sowas, ne? Die Quest ist da hinten. Dann gehen wir jetzt da auch hin. Da vorne sind Wohnwegen zu verkaufen. Irgendwo. Ist das nicht ein Krankenwagen da drin? Vielleicht finde ich da kurz irgendwie was Medizintechnisches noch. Lass uns mal kurz reinlinsen. Wenn jetzt nicht gleich 50 Geier oder so sein. Ich wechsle die mal um. Für die andere habe ich kein Muni, wenn ich es richtig weiß. Sieht das nicht so ein bisschen aus wie das Gebäude, das ich letztens beschrieben habe? Wie können wir da auch noch was tun? Ist da Wasser drin? Das ist working stiff. Egal, ich gucke trotzdem rein. Lass uns mal kurz da hoch. Da wird jetzt kein Geier drauf sitzen. Vielleicht sind das die neuen Wassertürme. Was ist denn? Alter. Das Ding hat eine Zehntausende-Haltbarkeit. Flucht. Mini-Backup-Türmchen, oder? Das ist ein Mini-Backup-Türmle. So. Na ja, wir gehen zur Quest. Ich glaube, am meisten Chancen haben wir, wenn wir versuchen, die Quest einfach zu machen. So. Ich schon ihn natürlich, so gut es geht. Super interessante Gebäude. Jedes einzelne. Willst du irgendwie nochmal Linserle machen? Hier jetzt da durchlaufen, ist eine blöde Idee. Das da vorne könnte doch ein Wassertürmchen sein. Aber dann ist das auch einer hier, ne? Ja, ihr seht schon, ich habe voll den Plan. Zielstrebig, wie immer, ging er rechts und links. Dann vor und zurück. Um dann wieder heim zu gehen, um nochmal was zu gucken. Das da hinten ist auf jeden Fall kein Wasserturm. Da waren wir ja im Stream drin. Da wollte ich dann mal buddeln. Aber hier, das fördert doch. Das muss doch irgendwo. Die ganze Siedlung würde ich am liebsten durchsuchen, erst mal. Da ist ein Rucksack drin, aber immerhin. Zieh es dir rein, weißt du? Zieh es dir rein. Da kriege ich beim Händler Sex. Was kriege ich denn raus, wenn ich das Schredder Metall? Also die verkaufe ich dann nicht für Sex, ne? Ja, aber dann ist doch da drüben bestimmt im anderen Turm auch nochmal was. Komm, wir gucken. Da ist bestimmt auch nochmal was Cooles. Das haben sie auch irgendwie verbessert vom Feeling her. Du brauchst gar keine Missionen mehr. Das ist alles so neu und aufregend. Nicht, dass es auch Türme gibt, wo Wasser drin ist, weißt du? Ja, ich weiß, wir wollten eine Quest machen. Machen wir auch, machen wir auch. Ich gucke jetzt dann doch nochmal kurz drüben rein. Vielleicht buddle ich auch einfach mal in der Mitte eben. Okay, das ist jetzt eher ein Faker hier gewesen. Der hat nichts. Bisschen besser ist es hier mit dem Laufen, finde ich. Weil ich habe immer voll Angst, dass ich da runterstumme, weißt du? Wie man sieht. Ist viel besser geworden. Ich komme nicht mehr runter. Jetzt. Mache ich vielleicht mal einen Übungstag. Komm, wir gucken kurz rein hier. Und Holz wollte ich ja eh auch mitnehmen, ne? Ich könnte jetzt überall nur mal die Nase reinhängen, weißt du? Mal kurz hier geguckt, mal da glinst. Gott sei Dank macht er keinen Lärm beim Absturz. Weißt du, hier ist doch ein Rohr, da muss er normalerweise... Und da ist ein Hydrant und ich kriege kein Wasser, verstehst du? Nicht, dass die mittlerweile bedienbar sind. Hallo, Hasel. Boah, dich habe ich gar nicht gleich Kraft, dass du da bist. Immer schön einzeln. Wie er mal 100 Jahre lebt, ne? Ach, Ölschiefer. War auch im Stream jemand dabei, der gesagt hat, da lag glaube ich Ölschiefer. Guck mal hier vor uns. Ölschiefer. Da gehen wir dann eh mal irgendwann, wenn wir das brauchen, reinbuddeln. Super. Ölschiefer, gerade mich dran erinnern. Dann gehen wir jetzt die Mission machen, endlich. Ich habe nur noch 33 Leben, weißt du? Es sei denn, ich finde hier irgendwo ein Krankenhausgebäude auf die Schnelle. Dann würde ich eventuell nochmal umdenken. Aber Workingstiff ist jetzt nicht das, was ich brauche. Komm, wir gehen hinterher. Ich glaube, das Gebäude hat alles, was wir brauchen. Guck dir die Siedlung an. Und ich finde die total gut und auch wie sie eingerahmt ist hier überall. So, lange Rede. Kurz da sind wir laufen hier kurz durch. Da ist so ein kleiner Funkturm. Könnte auch sein, dass wir da hinten eine Wasserstelle finden. Zum Wasser abkochen wäre es ja schon mal nicht schlecht. Ach, guck an. Sieht nach Militär aus. Wir müssen halt aufpassen. Also ich meine, den Schlagsack habe ich ja gesetzt. Die meisten Sachen haben wir verräumt. Das ist ein bisschen Händler. Aber wir holen ja eh immer unsere Sachen, wenn wir... Kann sein, dass da hinten Minen sind? Vorne steht auch einer. Level 4 sind wir jetzt. Kann ich mir ein Dreier machen, oder? Ey, was habe ich denn jetzt geskillt? Scheiße, das wollte ich nicht. Ach, Stärke habe ich geskillt. Aber das brauche ich ja früher oder später eh. Das wollte ich doch eigentlich hier. Egal, mache ich es beim nächsten Mal. Stärke hätte man ja eh geskillt irgendwann. Und überhaupt dahin, sogar vorne liegt ein Erz. Ich gucke mal, ist das Ding? Ich weiß, dass du Hunger hast. Tut mir leid. Ist das Blei? Oh, hier ist nochmal Metall, gell? Also pass auf, dann machen wir hier Wegpunkt, Mine, Blei und Eisen. Oder Eisen ist es, glaube ich, hier halt. Ich sage ganz manchmal Metall. Das war doch Blei, oder war das Nitrat-Zeugs? Hier ist Blei. So, Leute. Dann machen wir mal das Löchle hier. Riecht auf jeden Fall nach Hund. Riecht auf jeden Fall nach Hund. Bist du alleine hier? Geht's? Das ist doch nicht einfach ein Gebäude mit zwei Zombies. Da ist doch irgendwo was. Die entwickeln doch nicht ein Gebäude, wo nichts passiert. Ich baue mal alles ab. Da habe ich mehr Übersicht. Bist du jetzt von da hinten fortgelaufen, um mich zu begrüßen, oder was? Ich muss echt aufpassen, halt, weißt du, kein Leben, Energie unten. Läuft noch einer. Das ist dieses Ding, wo wir so reingedrückt haben. Die kommen dann und ziehen sich zusammen, die in der Nähe sind. Und zwar besser, als wenn du es nicht drin hast. Wow, guck mal. Oh, ich glaube, ich glaube, ich habe Kohle gefunden. Wir gehen mal kurz hoch. Da ist ein Stein. Jo. Da ist ein Stein, gell. Da ist keine Kohle. Oh, schönes Bäumele. Ich laufe trotzdem hier nicht. Bin mir nämlich nicht sicher. Ey, weil, weil. Das kann ja nicht alles sein. Ich laufe hier drauf. Weißt du, wie er froh und eiern. Ich klopfe mal an. Tausender Wertung. Hier würde ich auch die ganzen Matz heute mal mitnehmen. Hier kriege ich Sand raus, gell. Ey, die kann man doch auch selber bauen, oder? Jo, wir könnten die schon bauen. Wir könnten die schon bauen. Kann ich da verschiedene Modelle wählen? Oh, vielleicht bauen wir uns dann um. Sowas würde ich ja gerne einfach, weil es halt gut aussieht, ne. Ich mach mal einen. Wo ist er? Hab ich jetzt mehr gemacht? Ich wollte nur einen eigentlich. Guck mal. Ne? Oder? Sandsackhaufen. Einzelner Sandsack. Einzelner Sandsack. Sandsack-Ecke. Haja, das müssen wir machen. Das ist ja oberst stylisch. Aber jetzt mach ich erst mal das Gebäude und dann fang ich an abbauen. Mache ich jetzt gerade nur, weil ich tierisch Bock hab. Ich hör das gerade so gern. Außer dem trau ich den gerade nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich so schissig bin jetzt wohl da. Ey, die ganzen Sandsack-Modelle. Ne, hier ist jetzt nix. Hier ist keine Gefahr. Aber irgendwo hab ich das Gefühl, dass was passiert, ne. Oh, kurz vor dem Verhug. Ach, Neblis. Gönn dir. Kohle? So sagen kannst du bestimmt auch alle. Da drin ist auf jeden Fall einer. Aber hey, vielleicht ist das ja einfach nur ein Minispot, wo man mal geschwindet, weißt du. Da steht halt noch Säubern dran. Also wir sind noch nicht durch. Hier ist bestimmt jemand drin. Und hinten dran auch noch. Ja, aber das sind ja nur zwei, drei. Ich warte hier die ganze Zeit auf was ganz Extremes, weißt du. Ach, dann eben. Vielleicht ist das ja weniger, als ich gedacht hab. Geld, Schlafsack. So seh ich hier nix mehr. Runterbuddeln musste nicht. Drinnen ist noch einer. Ja, okay, dann war das ein Verarscher. Dann war das die Verarsche. Dass eben hier nix passiert, verstehst du. Ich hab gedacht, ne Biene oder irgend sowas. Nun gut, nun gut. Weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid. Ich komm rein. Ja, das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ach. Haben sie den auch geiler gemacht eigentlich? Lass uns mal angucken. Jo, oder? Ich glaub. Wer ist denn das da, bitte? Sind die Soldatenmodelle die neuen? Oder ist das einer, der sich in die Luft sprengt? Guck dir mal den an. Der ist ja mal ultra gut. Ah, scheiße. Der sieht gut aus. Ich hab keine Ausdauer. Hä? Auf jeden Fall Spezialzombie. Geil! Ah, ich dachte, ich hab... Ne, was hab ich denn? Ach, ich hab mir was zu. Was kann ich das wegmachen hier? Aloe Creme. Hab ich die mit oder ist die daheim? Aber trink mal was. Du hast das hier sowieso... Äh, die hab ich jetzt... Ne, da ist sie. Also damit hab ich's verkürzt. Okay, dann war das das Spezielle, dass du halt als früh... Im frühen Anfangsstadium hier so ein Soldatenzombie gesehen hast mal. Ist recht. Wir haben's genossen. Im Moment esse ich mal noch alles. Da ist noch eine Foodkiste. Als ob das Spiel gewusst hätte, ich brauch genau die. Super. Ja, das macht schon Sinn, dass wir das jetzt gefunden haben. Stopp. Schöne Geschichte. Gemütlich. Kleiner neuer Spot angeguckt. Die Großen warten natürlich alle noch auf uns. Das ist das Schöne. So, das war's aber dann jetzt hier, ne? Dann lass uns jetzt aber hier... Den Schreibtisch noch durchschauen. Guck mal, T-Shirtle war dabei. Magst du's? Ne, bist eher auf die Jacke, gell? Komm, hau das weg. Pass auf, wir werden jetzt hier natürlich... Was kommt denn da wohl raus? Lohnt sich das mehr als ein Baum? Ja, guck mal, da kommt ganz gut was raus. Holz wollten wir eh mitnehmen. Dann lass uns jetzt hier noch Zement mitnehmen gleich und alles. Das war schon ein bisschen Baumaterialien ansammeln. Früh im Spiel, ne? Dann gehen wir zum Händler abgeben. Nehmen uns was Neues auf jeden Fall schon mal an. Für wahrscheinlich morgen. Und dann gehen wir heim und machen unten erstmal alles klar, ne? Ja, wir nehmen hier ein bisschen Zeugs mit. Ich kann jetzt nicht jedes Gebäude sagen, wir holen es später. Sonst werden wir es nie holen. Ja, gerade so ein paar Bruchsteine, da können wir schon mal wieder... Da war mal ein Zelt, gell? Nehmen wir es. Und die waren doch auch sehr ergiebig, weil Papier brauche ich später für mein Shotgun-Money. Den holst du. Und die Dings bauen wir heute noch auf, die Schmiede. Was brauche ich denn für die? Kleiner Stein. Noch ein bisschen kleiner Stein. Lehmboden, die Leder haben wir daheim. Drei Klebeband. Dann haben wir die. Dann mit dem nächsten Skillpunkt können wir... Wir haben keine mehr, gell? Mit dem nächsten Skillpunkt holen wir uns dann die Werkbank. Sehr cool. Da hinten habe ich noch einen Loot vergessen, glaube ich, ne? Machen wir mal eine Hand voll. Muss auch mal sein. Weil irgendwo muss es ja herkommen, das Zeug, das wir verbauen, ne? Wie cool ich halt finde, dass du dann auch gleich das Holz von der Palette mitkriegst. Funzelhammer. Ah, super. Tja, manche Dinge ändern sich nie, ne? Wow. Elegant, wie immer. Was war denn das jetzt? So, Leute. Hier ist ja nichts mehr. Dann würde ich sagen, noch drei Schaufelhiebe hier rein. Und dann gehen wir. So, wie ich es gesagt habe, drei Stück. Nein, Spaß. War trotzdem ergiebig. Auch wenn jetzt hier nicht allzu viel zu holen war. Es hat uns zumindest ein bisschen vom Aushungern bewahrt. Komm, wir gehen die Quests geschwindet ab. Und gucken mal, ob man das Zeug zusammenkriegt. Den wollte ich noch mitnehmen, den Zement. Wie viel von den Steinen kann ich ihm jetzt machen? 22? Ich meine, so fängt es doch an, oder? Ja, mach. Ja, wenn wir jetzt dann daheim noch das Ding sauber machen. Vielleicht wagen wir uns nochmal raus zu einer Nacht-Loot-Runde heute Nacht. Damit ich mich jetzt nicht daheim immer vergraben nachts, weißt du? Nur weil ich einmal gestorben bin. Das war gleich wieder Motivation schnappen. So, hast du noch so Spritzle irgendwo? Ja, ne? Nimm die mal. Und ab. Kohle. Ich frage mich gerade. Ne, das finde ich nicht. Ich muss es eigens markieren. Kohle. Sehr cool. Den nehme ich natürlich mit, wenn ich schon drüber laufe. Für meine Gärten. Cool. Nägel und Bretter. Kann man immer gebrauchen. Lab-da-bi-dü. Lab-da-bi-dü-dü. So hat das ausgesehen, das Gebäude, das ich damals gemeint habe. Nur so. Und da drunter war, glaube ich, ein Bunkerle. Das ist aber jetzt hier was anderes, oder? Das war mehr als einer. Ich bin weg. Ich bin weg. Keine Ahnung, was drin ist. Werden wir heute nicht mehr erfahren, Leute. Werden wir heute nicht mehr erfahren. Junge, Junge. Ich habe jetzt nur gerade mal drei Oberrisse gesehen. Und gedacht, okay, wenn sie schon drei hinstellen, sind es bestimmt noch mehr. Lass uns aber mal hinten rumgehen hier. Ich muss da immer wieder mal reinschauen. Schöner Bereich. Da könnte man wohnen. Armstrong Autos. Oh. Fahrrad irgendwann, ne? Das ist so toll. Das wirkt echt alles neu. So, jetzt pass auf. Das haben wir ja gemacht hier, glaube ich, gell? Ich glaube, das haben wir gemacht. Da ist auch ein X dran. Super, wie ich schon wieder aufkehren habe zu markieren. Ich wollte doch alle markieren. Ab jetzt aber. Ab jetzt alles markieren, was kommt. Brauchst gar nicht abhauen. Komm lieber mit zu uns in die Base. Draußen erwischen sie dich irgendwann. So, vielleicht kriegen wir eine coole Belohnung. Hier ist halt die Welt noch in Ordnung. Hier ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin der Handy. Mündungsbremsen-Mod. Lenkt die Antriebe mit Gas ab, um den Rückschlag zu vermindern. Oder die Schrotflinten-Entenschnabel-Mod. Modifiziert die Streuung zu einer horizontalen Form anstatt einer Runden. Ich bin für die Mündungsbremse, weil mit dem Entenschnabel. Obwohl, ich hätte halt die breitere Fläche. Aber ich kämpfe ja im Moment nicht gegen Horten oder so. Aber wir kommen in die Hortenacht. Ich nehme sie doch mal mit. Hast du eine Aufgabe für mich, mein Diggerle? Am liebsten wäre es mir südlich in der Nähe meines Zuhauses. House Old Gamble 02 nehme ich mit. So, lass mal kurz durchgucken, ob ich dir irgendwas verchecken kann oder will. Die Stühle willst du ja nicht. Ich habe immerhin schon mal 900. Den Hammer habe ich jetzt extra mitgenommen für dich. Was hat die? 2,7 und 2,4. Und die haben aber ja Werte. Das wäre mir halt lieber. Ja, ist mir auch lieber. So, die Taschenlampe behalte ich erstmal. Ansonsten. Den Schlafsack könnte ich eigentlich auch. Oh, ich habe ja einen daheim. Oh, guck mal. Sehe ich die ganze Zeit nicht, dass wir eine Schmerztablette haben. Wo kommt denn die her? Umso schöner. Den will er nicht. Ne, ich glaube wir sind durch, was ich Handy... Das Bier kann ich ihm verkaufen. Der Nebel hat gesagt, du lass das gut sein mit dem Bier. Wann ist denn bei dir Reset, Digger? Tag 4, morgen. Ne, weil Vitamine haben wir ja durchgeschaut. Hat er keine gehabt. Schamsüpple will ich immer noch nicht ihm abkaufen. Antibiotika ist mal zu teuer. Lass uns mal in einem Secret-Stash gucken. Da bin ich noch gar nicht geschaut, gell? Ich gucke gerade mal kurz. Nö, hier ist jetzt nichts, was ich unbedingt will. Den Helm? Nö. Was hat er denn? Kojoten. Verursacht 10% mehr Schaden an Kojoten. Kann ich mir noch nicht mal leisten. Will ich mir auch gar nicht leisten. Dann haben wir hier den Nachtpischer. Schleichangriffe mache ich eigentlich weniger. Und was ist das hier? Robotik-Drohnen-Scheinwerfer-Mod. Ja, richtig. Die Drohne gibt es hier auch. Muss ich gerade mal kurz gucken, ob ich die hier als Bauplan drin habe. Da ist sie. Robotik-Drohne. Bauplan-Robotik-Drohne. Freischalt-Option. Aus Robotik-Teilen und Schrott gefertigt. Und da gibt es die Mods. Guck mal, Robotik-Drohnen-Mod. Panzerplatte. Medizin-Mod. Ah, die Drohne braucht man. Gibt es einen Vorteil, wenn ich Int? Mechaniker. Ich gucke gerade, aber ich glaube nicht, gell? Stahl, Schmelztiegel, Schalala. Inspiration. Der wagemutige Abenteurer. Erfinder der Robotik. Habe ich einen Vorteil auf die Drohnen, wenn ich im Int-Bomb den Robotik-Bomb-Skill? Lade Roboter-Waffen 20% schneller und mit 50 Patronen mehr nach. Die aktive Reichweite der Roboter beträgt 18 Meter. Es können zwei stationäre Roboter auf... Kann ich... Ich weiß nicht, ob die Drohne hier in irgendeiner Form mit rein... Dingst. Weißt du? Ah, guckt man dann in aller Ruhe. Quest haben wir angenommen. Alles klar. 16.22 Uhr ist. Wir sind zeitlich leider schon wieder am Ende. Aber dieses eine kleine Leiter ergießt sich bald in einen Morgen. Gibt es die nächste große Folge? Lass ich mal kurz durchgucken. Das war Explosionsschaden. Maximaler Gesundheit wurde. Kritischer Widerstand. Das brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Backbauer 3. Ah, was ich gucken wollte. Erstens mal... Dietrich sehe ich keine. Kleber. So, weil wir wollen uns nämlich immer noch die Dings aufbauen, ne? Die Schmiede. Das heißt, wir machen jetzt dann Klebeband. Huppa. Klebeband. Weiß nicht, ob ich die jetzt gleich alle brauche. Schamide. Drei Klebeband haben wir. Das haben wir. Die 10 Leder, die haben wir daheim. Und kleiner Stein überlege ich mir jetzt gerade noch mal ein bisschen mitzunehmen. Dann haben wir schon mal für morgen zum Einstieg die Schmiede zu bauen. Und wir gehen natürlich morgen dann wahrscheinlich nächtlich rüber. Ne? Das ist alles sehr nah beieinander hier. Den Spot, den wir beleben. Plus die Quest. Das könnte man vielleicht als Nachtquest machen. Ich gucke jetzt nur mal gerade eben, ob ich irgendwo noch einen Baumstumpf finde. Für einen Honigler oder so. Wie viel Holz habe ich? Ich wollte Holz mitnehmen. Jo, die reichen. Hier vielleicht findet man ein Ei. Ich sehe halt jetzt gerade keinen Baumstumpf. Aber da gibt es auch Schlimmeres. Guck mal, wie viel Müll ich durchsucht habe. Ist ja gar nicht so meins normalerweise, dass ich alle Spots... Ist das der, den ich markiert habe? Jo, da ist eine Markierung. Warum sehe ich die nicht? Ah, wenn man draufsteht. Okay, meine Lieben. Dann rutsche ich rüber in die nächste Folge. Wir werden uns morgen aller Wahrscheinlichkeit nachher erstmal daheim sehen. Vielleicht schaffen wir es ja, die Schmiede schon aufzubauen. Dann würde ich nämlich tatsächlich... ...morgen dann schon das ganze Eisen einschmelzen, während wir dann unterwegs sind. Weißt du? Ich bräuchte immer noch eine Vitamintablette, ne? Jetzt haben wir bald den kompletten Magenverstimmung so geschafft. Ey, du kannst nicht aufhören. Hier ist halt so viel. Da gibt es hier was, hier was. Stümpfler habe ich keins gefunden. Jetzt gucken wir mal, ob wir heimkommen, geschwind. Dann geht es halt ohne Baumstumpf weiter. Das Problem ist immer noch tatsächlich, dass wir... Ich habe immer noch nicht wirklich aktiv Wasser gefunden, ne? Denkt dran, hier bei diesen kleinen Säckeln, da sind immer auch Hunde mit dabei. Nun gut. Gehen wir noch kurz gemeinsam in Sicherheit und dann hole ich euch wieder morgen rein. Leere Wasserflaschen, ne? Wenn nicht, machen wir mal einen Ausflug ins Grüne, die Tage. Hätte ich schon lange gemacht, aber... Diese Grabungsquests sind nicht mehr mit drin, irgendwie gefühlt, ne? Das wäre nämlich der ideale Aufhänger gewesen, um dann... ...nach Wasser zu gucken, wenn man in der Umgebung ist, ne? Jetzt können wir alles dann irgendwann abbauen. So, Leute. Jetzt kommen wir von innen nicht mehr raus, weißt du? Ja, das muss ich gucken, wie ich das angleichen kann. Wenn nicht, mache ich unten eine komplette Bahn raus, mal eine kleine Treppe hin oder sowas. Also, Freunde der Nacht und des Tags. Ich freue mich unheimlich auf die morgige Runde. Schon alleine, weil es einfach saumäßig Laune macht gerade. So, ich bin sehr gespannt, was wir morgen erleben. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.